Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet lautet A, B, C. Das ist ein großes A, das ist ein kleines A. D, E, F. G, H. I, J, K. L, M, N. O, P, Q. R, S, S, Z, T. U, V, W. X, Y, Z. A, O, U und A, U bilden Umlaut zu. Ä, Ö, Ü und OI. Bitte sprechen Sie langsam die Buchstaben nach. Dankeschön.